ok wie sie sehen können die letzte folge der letzte links ist da dann haben wir einen relativ geilen usc ich hoffe das ist ok wenn das den metalcover ist und das nicht weg gesnippt wird ok wir haben nur die übliche auswahl was ein bisschen dumm ist aber gut dachten sie sich wahrscheinlich für den starken gehen da soll man von den schwachen auswahl nichts nehmen ist auch nicht verkehrt muss ich sagen da ich hier ihn rein nehmen kann der sonst noch der mensch macht an den anderen flachzahn dazu haben wir dann sie und dann zu guter letzt haben wir noch ein assassin dafür haben wir sie so ganz ganz so einfach dafür werde ich dann auch mal ja ich habe nicht so viele arzt karten immer die kritik nehmen was für karten abgeholt einfach mal rein jetzt haben wir erst einmal zweimal queen's knight zweite runde zwei dreimal queen's knight letzte runde ganz laut cleopatra und triss an karaktere die ein bisschen nerven können aber jetzt soll nicht mein problem sein ist dann kann ich das nachher auf handy auch direkt noch mal machen und danach darf ich mir für den kumpel erst mal erfahren wie ein blöder na gut er hat zumindest ein charakter der für jedes felsfeld okay ist dementsprechend mache ich mir da weniger sorgen als weniger nicht überhaupt keine kommt ja gut ja okay ich hatte direkt mal nur phantasm schaden können sehe ich gerade das technische sehen kann der schick gemacht er ist wahrscheinlich sogar steuer gewesen kacke ich hab irgendwie gerade so einen fetten anflug von deja vu und wird sie im echten deja vu grad vom technischen fahrer ist ouch ja den nehmen wir gerne mit dass du für den köln finde ich so unabhängig kürzt aus das ist ganz gut da der overkill direkt mal mehr kürzt als gibt 25 das ist ein guter anfangen so ist jetzt der anfangen gut und die quits werden auch direkt ungewandelt kurz hätte ich das gewusst sehr schönes ding na wie wirst du wohl moment das mit dem machen wir andersrum genau deshalb hätte ich wahrscheinlich auch ohne den buff rausgeküppelt aber ja schon ok dann hat er seine neue phantasm jetzt fertig das ist schon mal gut ich hab ein deja vu also von eben gerade umso besser theoretisch müsste jetzt aber vorher den overkill gehabt haben wir sind trotzdem 25 für euch müsste mittlerweile anfang november sein dritte das könnte hinkommen na ja das müsste hinkommen ich hoffe mal ihr habt halloween gut verbracht bei mir war wahrscheinlich wieder die hölle los geht sein nur wenn das noch auf alle nein nur auf einen scheinbar weil das hier steht so der dual significant damage special attack damage to poison enemy steht nicht dass es auf alle geht da ist drauf ja gut schade tristan hat nichts die weinen an sich oder glaubt nicht du sag ja worauf kein abbruch versuchen wir einfach mal ihn direkt aus dem leben zu nehmen und dann wird dings die landsländer und finanzern anzuhalten achten ich glaubt gut da nicht ich glaube bis 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 das kacke das ist bitter ich könnte jetzt das könnte jetzt ganz dezent wehtun schauen wir mal ich weiß nicht doch pflanz halt das halt ein baum um mich herum wachsen wieso nicht mache ich auch jeden sonntag wett wett vergess das wieder das ist für auf hits aufgebaut scheinbar hält ein hütt noch das kann ganz geil sein also ich denke mal dass es durch die welt ist es kann auch sein dass es mehrere hits ist weil sie wurde halt zwei ne wieso sie wurde zwei oder dreimal angegriffen aber dreimal wird es nicht sein und eine runde ist es auch nicht außerdem aus ich habe gerade verpeilt dass sich den selbst die welt rauf geküttelt hat was sein kann nichtsdestotrotz war es auch das single hat und zwar aus den archer der ausgedient hat wohl gemerkt so die nach der quest müsste dings permanent sein und danach habe ich dann noch die anderen kopien zu farmen und ich lasse euch hier quasi fast schon wieder nur über phantasmus raus denke ich mal naja gut was heißt hier fast schon ich werde in den kampf wieder über phantasmus und lasse euch dann nachdem wir geguckt haben was wir gekriegt haben mit lahm und keks so nett aus dem video wochen auch sonst den stun braucht er nicht mehr das überlebt er eh nicht am anfang machen sollen wo ich ihre buffs noch hatte das wäre glaube ich oberkill geworden hm das ist gut den es hat auch demnächst ein upgrade also don level 5 erreicht ahm bedivere oder bedivere und da ist sie die rolle die rolle die rolle oder der schweifchen hat das bestimmt saugen glitsche ich so wieder glänzt finde ich gar nicht geil ich mag keine schlangen und auch nichts anderes what the fuck wie sind dann natürlich es stimmt es sind überall acht quests weil einfach überall jetzt die ähm dings dazu kam übrigens wie ich vielleicht mal schon gesehen hatte hier ist jetzt untertitel wollten wir schon mal beinahmen ach ok 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 so da haben wir direkt den ausgleich für was wir letztens gemacht haben sind wir bei 18 ok event shop ok ich glaube ich weiß dass ich mehr additional copies durch andere sachen erfahren kann ja und scheiß wo kriege ich ihre additional copies her offensichtlich nicht durch quests ne also durch, doch durch, durch quests schon aber so ok ok Ah ja, durch die Challenge-Quest auf der letzten Stufe. Aber hier erstmal die Upgrade-Items, um hier Level abzugraden. Das ist das mittlere Kosten. Oh, die kosten 3 pro Stück. Boah, das wird ja nervig. Das sind 900 von denen, die ich mir ranfahren darf. Gut, dementsprechend... Ah ja, zeige ich euch halt nochmal. Hat mir in der Zwischenzeit nicht so viel von gesehen. Hier, komplett random gezogen. Kann ich nichts für. Von den Skills her müsste sie sogar relativ gut sein, denke ich mal. Ich persönlich mag es nicht, weil sie kacke aussieht. Das war eine doge Idee. Aber, ist meine Sache. Ja, ey da, dementsprechend. Hauen Sie rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020